Ein Jobangebot, das du nicht ablehnen kannst. Super Mario trifft auf Unreal Engine 4 und wann erscheint Rise of the Tomb Raider für die Playstation 4? Das alles natürlich jetzt gleich innerhalb der News nach dem Intro. Bleibt also dran und bis gleich. Er ist einer der berühmtesten Klempner überhaupt und was würde passieren, wenn man Super Mario mit einer super modernen und leistungsstarken Grafikengine wie der Unreal Engine 4 kombinieren würde. Ich glaube, das sähe verdammt geil aus und ja, es sieht wirklich verdammt geil aus, denn genau diesen Gedanken hat jetzt ein YouTuber, dessen Name ich nicht wirklich aussprechen kann, in die Tat umgesetzt und das Ganze innerhalb eines Videos auf seinem Kanal hochgeladen. Und zwar werkelt im Hintergrund die Unreal Engine 4 und Mario hüpft da dann durch diese 3D-Welt und das Ganze sieht wirklich verdammt gut aus. Der Kollege hat sich vorgefertigte Assets aus dem Unreal Marketplace geholt und ansonsten die ganzen Animationen und alles mögliche selber wirklich dann dafür angefertigt. Auf jeden Fall viel Arbeit, Respekt dafür und das Video gibt es natürlich gerade im Hintergrund beziehungsweise einfach mal unterhalb des Videos in der Beschreibung gucken, da gibt es dann den Link auch zur passenden News. Und ich glaube, alle Super Mario-Fans werden das schon sehr geil finden. Was meint ihr? Bereits im Vorfeld der letztjährigen Gamescom ist bekannt gegeben worden, dass der neueste Tomb Raider-Ableger Rise of the Tomb Raider erst mal zeitexklusiv für Microsoft-Konsolen erscheinen wird, also sprich Xbox 360 und Xbox One. Ja, da werden sich jetzt einige aufregen, beziehungsweise da haben sich in der Vergangenheit schon einige drüber aufgeregt. Wie es mit einer PC-Version aussieht, da will ich gar nicht drüber sprechen. Aber wie sieht es denn mit einer entsprechenden Version für die PS3 oder für die PS4 aus? Bisher war alles völlig offen und man wusste nicht mal, ob überhaupt eine Version erscheinen wird. Jetzt gibt es neue Gerüchte, alles natürlich nicht offiziell bestätigt worden, die die Gerüchteküche wieder neu zum Brodeln bringen und gebracht haben. Und zwar hat der YouTube-Kanal The Note, die haben ungefähr 615.000 Abonnenten, jetzt laut interner Quellen irgendwie zugeflüstert bekommen, dass wohl Rise of the Tomb Raider Ende 2016, ja, Ende 2016 für die PlayStation 4 erscheinen wird. Das heißt, der Titel wird dann tatsächlich ungefähr ein Jahr lang zeitexklusiv für Microsoft-Konsolen bleiben. Außerdem soll der Titel dann ungefähr 40 Euro kosten, weil ganz ehrlich, wer würde schon 70 Euro für einen Titel ausgeben, der schon seit einem Jahr draußen ist? Wahrscheinlich keiner. Aber wie gesagt, das Ganze natürlich nicht offiziell bestätigt worden und es sind einfach nur Gerüchte. Aber ich muss ehrlich sagen, das wäre schon relativ hart, ein Jahr lang zu warten und man kauft sich doch jetzt nicht extra eine Microsoft-Konsole. Was meint ihr? Ihr seid wahrscheinlich zu Recht auch sau über das ganze Thema, oder? Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort einen, eine, Mörder, Mörderin und Autodieb, Autodiebin. Dein Profil? Gratlinigkeit, Zielstrebigkeit und eine gesunde Portion Durchsetzungsvermögen? Ja! Du behältst stets die Ruhe, auch wenn 20 crack-süchtige Biker hinter dir her sind? Ja! Du bist geübt im Umgang mit den gängigsten Handfeuerwaffen per Maus und Tastatur? Ja! Du verfügst über kein Wertesystem oder nur über ein sehr großzügiges und bleibst auch in Foltermissionen motiviert? Ja! Du sprichst Gangenglisch, afroamerikanischer Prägung, wenigstens verhandlungssicher? Ja! Du verfügst über mindestens ein Jahr Spielerfahrung in den Titeln GTA Vice City, San Andreas und GTA 4? Ja! Ja, Leute, ich glaube, ich werde meinen YouTube-Kanal und meinen Job einfach an den Nagel hängen, denn ich habe ein wesentlich besseres Jobangebot gefunden und das Ganze ist kein Witz, was ich gerade vorgelesen habe. Ich dachte auch erstmal, das wäre ein Witz. Ich hatte das Ganze ja schon bei PZ auf Facebook schon mal gepostet, aber es ist kein Witz. Es ist ein wirkliches No-Fake-Angebot, Jobangebot, denn die suchen einen Mitarbeiter, der GTA zockt für die. Und zwar in Berlin, Neukölln und es handelt sich dabei um Schlecki Silberstein, einer der größten deutschen Blogs überhaupt. Vielleicht habt ihr da schon mal von gehört. Ja, GTA 5 zocken. Und zwar bis zu einer bestimmten Mission, die suche ich euch gerade mal raus, Scouting the Port. Man bekommt den Mindestlohn 8,50 Euro und ja, also man soll einfach bis zu dieser Mission zocken. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum kriegt man dafür Geld, dass man GTA zu dieser Mission zockt und so. Ähm, ja, dieserjenige, der hat wohl jeden Tag ungefähr zwei Stunden gezockt bis zu dieser Mission. Und dann ist wohl die Festplatte des Rechners abgerauscht und ja, der Speicherstand war weg. Aber man wollte das Spiel durchspielen, denn dadurch, wenn man GTA 5 durchspielt, bekommt man auch den Rockstar Editor, beziehungsweise hat den freigeschaltet und dann kann man damit tolle Sachen machen. Unter anderem zum Beispiel ein Musikvideo. Und genau dieses Musikvideo wollen sie wohl damit erstellen, haben allerdings keine Zeit und keine Lust mehr. GTA nochmal bis zu diesem, ähm, ja, bis zu dieser Mission zu spielen. Und deswegen suchen sie einen Mitarbeiter, der das macht. Das Ganze ist übrigens auf 20 Stunden befristet und kann natürlich auch ein Marketing-Gag sein. Beziehungsweise hat man natürlich durch diese Jobanzeige, sag ich jetzt mal, sehr viel Aufmerksamkeit erreicht. Aber ich finde, es ist eine coole Idee, eine sehr kreative Idee. Und ja, ich werde mich auf jeden Fall jetzt mal an meinen PC setzen und meine Bewerbung schreiben. Ähm, nein, natürlich ist alles nur ein Witz, also das Jobangebot nicht. Aber ich werde mich natürlich nicht da bewerben. Aber ich fand's ganz lustig, ihr könnt euch ja mal bewerben, wenn ihr vielleicht da in Berlin in der Nähe wohnt und gerade Zeit habt. Und, ähm, ja, gut in GTA seid. Allerdings braucht ihr, wie gesagt, einige Voraussetzungen, die erfüllt werden wollen. Aber, na, vielleicht erfüllt ihr die ja und dann könnt ihr da einen coolen Job haben. Finde ich auf jeden Fall eine geile Idee. Also dafür auf jeden Fall Daumen nach oben. Ja, und Daumen nach oben. Also lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Beziehungsweise, Mann, das war ein schlechter Übergang. Nein, einen Daumen nach oben, beziehungsweise einen Daumen nach unten, wenn euch die News gefallen oder nicht gefallen hat. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten News-Ausgabe wieder, die nicht so lange auf sich warten lassen sollte. Es war einfach jetzt in letzter Zeit sehr viel zu tun. Gerade LA und Spartan Race, Vorbereitung, alles Mögliche. Aber es wird wahrscheinlich jetzt wieder häufiger eine entsprechende News-Folge geben. Und, ähm, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich habe das Ganze vermisst und ihr hoffentlich auch. Ansonsten euch vielen Dank fürs Zuschauen. Noch einen schönen sonnigen Tag, einen schönen heißen Tag. In Deutschland ist es, glaube ich, momentan überall relativ heiß. Also auf jeden Fall bei uns hier in Köln. Und, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei den nächsten News wieder. Bis dahin. Ciao.